Wir sind gerade am Bio-Lebensmittelpunkt in Biberbach. Schauen wir mal rein, was es da so gibt. Und zwar heute ist Freitag. Wie jeden Freitag kann man die Bestellung von www.naturverkostung.at abholen. Das ist dann da in dem Fachchen drin. Da kann man über 800 Bio-Produkte auswählen aus der Region. Die kann man bestellen bis Dienstag, ich glaube 10 Uhr bestellt man die online. Und am Freitag ab 15 Uhr kann man es dann im Bio-Lebensmittelpunkt in Biberbach in Mitznöde 248 abholen bis 19 Uhr. Und zahlt wird dann mit Rechnung für diese Produkte. Schauen wir mal was da diese Woche bestellt worden ist. Da haben wir Kuhsprossen, Lauch, Kräuter, einen Salat, Karotten, Bananen, Lauch, ein Brot und wieder Karotten. Das ist natürlich 100% biologisch. Und wenn man dann noch ein paar andere Sachen mitnehmen möchte, kann man aus über 100 Bio-Produkten auswählen. Von Salat über alles mögliche. engfreite Sachen. Genau. Was auch noch relativ neu ist, das sind die unverpackten Sachen. Da gibt es Verhoselnuss über Leinsamen, Denkelreis, Linsen und so weiter. Produkte, die kann man sich runterlassen. Wenn man selber kein Leergebinde mit hat, kann man sich da ein Glas kaufen. Da stehen drei verschiedene Reste zur Auswahl. Oder auch ein Papiersack, den man mehrfach verwenden kann. Dann gibt es natürlich auch Erdäpfeln bei Biberbach. Sogar Möhlige gibt es da. Kann man sich da abwiegen und bei der Kasse dann einfach einscannen. Da gibt es eine große Liste. Und wenn es Fragen dazu gibt, jederzeit gerne anrufen. Die Telefonnummer steht da ganz groß angeschrieben. Da kann ich gerne helfen. Ja, würde mich freuen, wenn es vorbeischaut zum Bio-Lebensmittelpunkt in Biberbach, wo man über 100 Bio-Produkte erwerben kann und zusätzlich noch die Bestellung von www.naturverkostung.at jeden Freitag abholen. Danke. Bis bald.